Hallo liebe Münsteraner, ich sitze hier vor der Herz-Jesu-Kirche Münster und heute fragen wir euch mal, was ist euer Lieblingsviertel? Kinderhaus, ich komme daher. Und bist du da aufgewachsen? Ja. Mauritz. Und warum? Weil ich da aufgewachsen bin und immer noch lebe, mich da gut auskenne und mich da einfach wohlfühle. Das Südviertel, weil ich da wohne. Und der Südpark ist so schön. Ja. Danke schön. Bitteschön. Boah, ich kenne nicht gar keinen. Ich komme nicht von hier. Altstadt. Sonst noch was? Nein. Cool. Das Viertel, was da vorne liegt. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Und warum? Weil ich da im Prinzip groß geworden bin, da all meine Freunde wohnen und super Leute sind und es einfach schön ist. Hast du dich da auch tätowieren lassen? Ne, das nicht. Okay, danke schön. Kinderhaus. Und warum? Weil ich da wohne. Okay, danke schön. Ja, bitteschön. Also das hier, das ist nicht mein Lieblingsstadtteil. Hier, Münster-Ost. Und warum? Ja, weil wir wohnen hier jetzt schon 35 Jahre. Trotz Hafen ist das schön hier. Also sonst würden wir nicht so lange hier wohnen. Also ich räume jetzt hier mal auf. Es fliegt schon viel besser. Die Münsteraner sind ein konsequentes Völkchen. Sie wohnen einfach da, wo sie sich am Wulzen fühlen, in ihrem Lieblingsstadtteil. Das hat jedenfalls unsere Umfrage ergeben. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.